Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Star Fox Adventures. Ich habe dem dicken fetten Elefanten letztes Mal das Horn gegeben und muss dann so ein Parcours ablaufen. Und habe irgendwie gedacht, boah, ich finde hier keinen Weg. Und was sehen dann meine trüben Augen? Kurz nachdem ich aufgehört habe, ich habe hier noch eine Tür aufgemacht. Da ist ja auch noch was von diesem Winterwunderland hier. Voll verpeilt, dass ich da auch schon war. Aber da komme ich auf jeden Fall mal nicht durch. So, weil bevor ich hier diesen Parcours überhaupt nochmal anfangen kann, brauche ich ein bisschen Orientierung, was hier überhaupt alles ist. Was es hier noch so Feines gibt? Oh. Oh. So. 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 Was gibt's da? Da waren zum Rückklettern. Gehen wir mal nach Rückklettern? Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Noch mal der Terry. Wobei auf jeden Fall. Und wenn ich wohl gern mit dem komischen Teil fliege... Ah, dieses Runterkleidern. Da kann ich nicht schneller runter springen. Da war da irgendwie gerade eine Eisscholle. Da war da eine Eisscholle. Da ist eine Eisscholle. Schon mal aus dem Wasser raus. Schön katt zu sein. Ja. Na, wo geht's weiter? Da gibt's nicht mehr. Ah, ja, klar doch. Ich hab da noch weg. Bis hier. Was kommt raus hier? Ja. Da kann man was kaufen, glaube ich. Wow. Noch einer irgendwo? Was? Der hat der noch. So, bleibt der irgendwie weg? Da war doch was. Da sah's doch aus nach Kram. So, bleibt der irgendwie weg? Und was ist? Hab ich oder hab ich nicht? Äh. Warte auf mich! Ja doch. Eine meiner leichtesten Übungen. Halt! Immer lieber mit. So. Oh. Hab ich noch was. Ist da oben noch irgendwas? Nee. Hat er da noch irgendwas? So viel Gedöns wär nix. Echt? Wo krieg ich das hier eigentlich nicht? Wo nimmt das nicht? Hecht? Okay. Okay. I need to save. I got it. O, we got it. Hecht got it. Okay. Kado перем. Kado. Kado, just save. A got it. O, we got it. O, we got it. Was ist das da? Haben wir noch mal so ein Teil? Dann kann ich da mal raus springen. Ach so. Ah, da kommt da ein. Ich komm rauf auch einfach so. Ich komm, geh noch mal da drauf. Oh, geht nicht. Oh, raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Oh, ist zu kalt. Dann können wir die mal hoch. Ach, will ich doch gar nicht. So, wo kommt noch mal so ein Teil? Ich komm, geh noch mal so ein... ...beweisscheuern Flugteil. Na toll. Das schwebt an der Seite von da über den anderen. Ich brauch das in eh an meiner Seite. Das geht doch voll gar nichts. Das geht doch voll gar nichts. Wo geht denn das jetzt? Ey, lass! Ich könnte wetten, wenn ich auf der Seite bin, kommen die jetzt mehr auf der anderen. Ach Leute. Ist das so ein Schatz hier, oder was? Hä? Schatzkegs. Los, komm her. Es kommt schon einer hier. Eisscholl. Wenn mal eine Eisscholl rauskommt, keine. Alkohol. Ja. Jetzt sind die Eile von der Titanic versenkt worden. Sieht so aus, jetzt kommt echt keine. Mann, wenn ich da rübergehe jetzt, dann... Können wir schnell rumfahren? Na ja, das bindet so langsam. Ach nee, Mann. Ja. Wo kann man denn nicht da oben? Oh, nicht gut. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich hier schnell unterschreiben. Und hoffen, dass ich da irgendwo rumfahren kann. Komm ich da hoch? Ach Leute. Shit. Ah, hier, hier, hier. Ja, das hätte ich versparen können, ne? Toll. Ich nochmal schwimm kurz. Mann. Ah ja. Wo ist denn der Meier wieder? Halt. So. Ah. Bart Ferry. Ein Moment. Ach, da gibt's ja eine. Shitmünze. Halt. Mal holen wir uns mal. Ja, mit dem Denk... Oh, Bäuerchen. Nur gut. Ah, nicht wieder in das kalte Wasser hier rein. Ist da noch was? Soll ich da langlaufen? Ja, guck mal. Bakterie. Oh, war das... Ach so, okay. Äh, ja. Ich will aber nicht mehr raus. Ja, dann sollte ich jetzt mal gucken. Hier war dieser, ich sag mal, Zeitspiel. So, der war hier oben. Irgendwie durchkommen? Man muss es ja machen. Oh, mein Gott. Ah, der war hier, ne? Der hat er nicht. Oh, mein. Halleluja. Da ist er. Da ist er. Ja, genau. War schon. Da ist er nur. Und er hat ihn jetzt gesehen. Ist das noch was? Deswegen hat er auch vorhin geschrieben. Ricks Ballspiel. Noch Feiermann. Ich geh mal lieber weg. Und sichern mal hindern. Ha. Oh, ganz gut. wo hic slczy. Genau, wie Psic Does. Aber ich fand das mistress ä Tá mir ist. Ja. Hm. Hopeter. Hier, 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 hier. Hammer, da Config wir von einem Baum. Mann. Wo ist meineinander? Ja. Baumvereit. So, jetzt gehen wir mal durch. Du musst da mal um. Aha. Hier wieder. Bambi, du sind dabei hier. Wo ist denn der jetzt? Ich glaube, da. Da. Oh, hier ist es noch mal für Masi. Ach, Mann. Oh, ich bin weg. die sind aber ja raus hier dann? Oh komm jetzt keine Scherze hier. Ne, wieso geht das jetzt nicht? Hä? Wie komme ich jetzt hier nicht hoch? Ah das ist aber Bug. Ne ne komm. Ey das ist doch... ja super jetzt gehe ich kaputt, weil ich kaputt gehen muss oder? Schaplow kann auch nicht. Schlimm. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus? Oh doch. Oh Mann, so ein... Ich sag jetzt nichts dazu. Lass uns gucken, ob wir hier diesen Parkour schaffen. Wo ist das bewahren? Wo müssen wir lang? Genau. Jetzt würde ich sagen, das ist ein Ding da hinten. Weißt du wohl? Was ist das? Ey! Falsches System... Na klar, na du, woher wurde er? Na ja, wo waren die jetzt? Nein! Ach! Knaller! Die Tür durch hier! Hä? Hallo hier, oder? Ja toll, haben wir noch ein bisschen durchgeladen. Mann! Uff! Warte, wo? Was ist das? Hä? Wo ist das jetzt? Shit! Ähm... Nein! Warum nicht gekommen? Wo ist das jetzt? Ah, nee! Warte! Na hier! Oh, noch einer! Hallo! Wo ist der jetzt? Äh... Wo ist denn der Dicke angefangen? Mit... Wasser! Ähm... Wo ist der Eingang? Ach! Ey, ich glaub's nicht! Nein, da ist er nicht! Nein, da ist er nicht! Ach, nee! Wo ist denn der Dicke davon mit Wasser? Puffzehn! Puffzehn! Oh, yes! Nee, 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 nee! Das ist irgendwo hier oben! Ah, hau ab! Ah, hau rein! Oh, Mann! Ich glaub es nicht! Oh... Dicke Elefant mit Wasser! Second time! Soziales Lex! Äh... Mann! Puuuuh! Okay, jetzt geht doch... Geht doch mal weg hier! Könnt ja auch ein bisschen schlaher gehen! Jetzt ging's... Wo war denn das jetzt? Jetzt geh ich schon wieder! Was finde ich schon wieder denn durchgänglich? Nein, ich bin schon wieder falsch! Ah! Äh... Lass! Auf alles laufen! Oh, ab! Ah! Und rein ins Wasser! Nee, komm! Oh, Mann! 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 Wenn wir in der Verschleung! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! So, ab! Dann müsste man am besten gleich draufgehen. Ja, das geht auch. Oh, einen mach ich noch. Glaub's ja wohl nicht. Herrlich war ja. Zu, zu 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 zu. Dicke, hau mal rein. Hau ab hier. Ja komm. Ich steh drauf. Oh, der steht auch wieder. Pass auf. Er ist der Versuch. Doch da runter, oder? Guck mal. Hä? Ich find die Orientierung nicht hier. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie steh ich denn da jedes Mal drauf, dass ich das nicht... Ohhhh. Ach, lass mich. Ja. Nein. Nein, guck auf. Mann, ich kick das nicht hin. Glaube ich nicht. Nein, jetzt... Ach, ich will nicht kämpfen. Ach, ich will nicht kämpfen. Gleich ein Teil von... Ich will nicht kämpfen-Button, der hier jetzt nicht mehr kommt. Oh, weg hier. Das ist natürlich mal ganz, ne? Der hat der voll kapott. Es ist natürlich mal ein Radevoll kapott. Toll, wenn die Tür aufgeht, muss ich da auch noch... Ja, ich glaube, ich erzähle in Richtung, 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 komm ja. Warte dahinten. Ah, jetzt dreh ich noch so zu weit. Will das? Da bin ich hingelaufen, da ist der Eingang normalerweise, und da muss ich normalerweise durch. Muss doch hier irgendwo sein. Genau. Hoffentlich ist es der letzte, weil das ist ja das letzte. Nee, natürlich nicht. Ach, du Dicke, muss das nochmal, oh, Alter. Oh, nee, komm, nicht da lang jetzt, nicht da. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Nein, ich habe nur noch 7 und 1 gekocht. Ist es der hier? Nein, der ist es nicht. Ist ja der, wo ich war. Oh, nee. Oh, Mann. Und wieder nichts. Nö, bitte nicht. Ach, du dickes Ei. Wie viel sind denn da noch? Okay, das wird heute auch nichts, Freunde, weil ich den Weg nicht fände. Und dann ist es echt so, dass wir auf den letzten Teil warten müssen, weil ich ehrlich würde, dann es nicht auf die Reihe bringe, dieses blöde letzte, vielleicht letzte, ich weiß ja nicht mal, ob das letzte ist, teilzufinden, auf das man draufstehen muss. Es ist nicht möglich, dass ich das nicht finde, aber ich brauche mal ganz kurz eine Minute Ruhe in der Hoffnung, dass ich dann das blöde Teil finde. Ganz kurz überlegen, wo ich da hin muss. Das ist nicht möglich, wo das Teil jetzt ist, wo das Teil jetzt ist, da war noch ein einziges, glaube ich. Ja, probieren Sie einfach nochmal. Ich verzweifle ja schon beim ersten Linden. Ich würde mich nicht nachvollziehen. Du bist nicht nachvollziehen. Ich würde mich nicht nachvollziehen. Da ist der Fall. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Oh, das ist der Fall. Ich habe keinen Bock zum Kämpfen jetzt. Auch hier nicht. Ne, komm. Ne, komm jetzt nicht. Ach, Mann, oh. Äh, lass. Das auch noch? Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Ich habe eine Herzfrau hier. Jetzt kommt der hinten in der Ecke. Da läuft doch mal. Dichter Wasser. Dann kommt der bei dem großen Loch. Ach, dann ist der letzte. Ich hoffe, ich bin letztendlich. Ich glaube, ich finde den überhaupt. Wo ist der? Auf jeden Fall haben wir ihn gefunden. Also eigentlich würde ich dann sagen, ich muss... Moment, ich muss wieder da machen, oder? Wo, wo, wo jetzt? Oh, nee, Mann. Das ist ja gerade eine Chance, ich glaube. Na, okay, warte, okay. Wo ist denn der Räger jetzt? Ich habe gesagt, der ist am Bokanzen. Bitte. Bitte. Oder ist er, Mann, ich? Oh, Mann. Okay. Ah, jetzt hänge ich wieder an dem Stein fest hier. Ach, toll. Nee, da ist er aber nicht. Dann wäre ich ja wieder am Ende. Ah, dann wäre ich doch wieder am Anfang. Das gibt, glaube ich, einen etwas längeren Teil, weil ich keinen Plan habe, wo dieses letzte komische Teil ist. Hallo? Der muss doch irgendwo sein. Das ist ... Da, warum? Nee, ich glaube es nicht. Ich überlege und überlege und überlege. Da haben wir definitiv keinen Plan. Wo kann der sein? Wo kann der sein? Wo kann der sein? Jetzt habe ich den dicken Elefanten drin, den anderen nicht. Wenn dann hoffentlich nicht noch einer kommt. Der Teil ist eh jetzt schon etwas länger. Aber das können wir jetzt auch nicht mehr. Der muss ja irgendwo da sein. Einen habe ich noch. Ich will nicht kämpfen. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ich will jetzt nicht kämpfen. Jetzt stehe ich wieder so blöd. Endpatch. Weck her, weck her, weck her! Weck her, weck her, weck her! Weck her, weck her, weck her, weck her! Oh Gott, so kann ich noch keine Zeit. Weck her, ich hab ja gedacht. Na komm, ach komm, ich steh doch drauf, wenn man freit ist nicht mit der Genauigkeit, ich find's. Wolltest du entdecken? Genau. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Alter. Das dachte ich schon, da wären wir drauf. Ich wusste schon nicht mehr drauf. Bin ich? Was ist das? Das geht's abandau. Das geht's abandau. Das geht's abandau. Das geht's abandau. Oh, oder? Was kommt noch mal da? Ich weiß, was da noch kommt. Das ist das längere Teil, Frau. Halt! Ist, glaube ich, an dem Ding vorbei. Ich glaube, es ist immer nicht. Wo bist du? Nein, bitte nicht. Keiner mehr. Danke sehr. Äh, geh ich jetzt noch zu dem Türchen oder geh ich nicht zu dem Türchen? Na klar, ich geh noch zu dem Türchen. Äh, kann ich da runter springen? Nee, lieber nicht. Ich bin ein bisschen schwach. Ähm, hier gab's aber vorher noch. Das hier. Das hier. Das hier. Die Stinker hier. Ich bin halt nicht dran. Ja, blöch. Ja, blöch. Welch? Welch für mich ist das? Ich bringe ihn sonst mal an. So, ähm, was ist überhaupt die Blätter, die sich hier aufgemacht hat? Na, zumindest war es nicht die hier. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt hier stehen, reden wir kurz mit. Wir picken alle, gell? Und danach und jetzt davor sage ich schon mal Tschüss. Musik 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 Musik